Serienjunkie fragt Pete Smeet. Wie findet ihr das diesjährige Jugendwort des Jahres und was wäre eure Wahl gewesen? Ich finde das ganz schön Choral. Und das wäre meine Wahl gewesen. Ja, also Fly sein war richtig Müll. Müll, ja. Verstehe ich nicht. Nie gehört, nie benutzt. Einfach nur Bullshit. Ich wäre dafür, Trump sein, also Trumpen, das wird das neue Jugendwort. Das wäre viel besser gewesen. Ich finde Fly sein eigentlich ziemlich kacke, weil habe ich nie benutzt. Das kannte ich bis dato auch ehrlich gesagt gar nicht. Und ansonsten, was für ein Wort ich nehme, wüsste ich auch nicht. Weil, ganz ehrlich, bin ich mehr Jugend. Mit 27 sollte ich kein Jugendwort mehr haben. Und deswegen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was könnte das sein? Snob. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss bei Fly sein immer an Crow denken, weil ich den ja auch live gesehen habe letztes Jahr. Und dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich bin jetzt kein großer Fan oder so, aber der war einfach in Osnabrück. Ähm, ich glaube, ich war schon als Jugendlicher größtenteils raus bei diesen Jugendwörtern. Ich glaube, ich habe die selber alle nie benutzt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich finde sowas immer ganz witzig. Also ich mag eigentlich, eigentlich finde ich ganz geil, wenn sich als Wissenschaftler mit diesen Worten, die sich quasi ergeben, die auf einmal da sind und von Millionen Leuten benutzt werden, dass sie sich damit beschäftigen. Und das ist nichts anderes. Es ist ja diese Wahl im Endeffekt. Also es heißt drauf, was da jetzt irgendwie Platz 1 ist, aber dass da halt sich mit beschäftigt wird. Fly sein habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Und wenn, dann war es ironisch, aber wahrscheinlich noch nie. Leider weiß ich nicht mehr alle Sachen vom Jugendwort des Jahres auswendig, aber Fly sein, tja, wenn ich jetzt wüsste noch, was das bedeutet. Das heißt wahrscheinlich irgendwas, aber wie, voll gut drauf sein oder so Geschichten. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ähm, deswegen enthalte ich mich einer Stimme, halte aber generell diese Jugendwort des Jahreswahl für absoluten Bullshit, weil, außer jetzt für ein bisschen Promo und so, aber wieso braucht es da eine Kommission und wieso muss das so mega demokratisch laufen und wieso? Ich meine, vielleicht ist es super wichtig und ich checke einfach nur nicht den Hintergrund, aber ich denke mal so, ja gut, da könnten sich auch einfach mal vier Leute eine E-Mail schreiben und dann haben die das festgelegt, ja. Also jetzt so die harte Recherche rauszumachen ist halt irgendwie, naja. Also jetzt so die Harte Recherche rauszumachen ist halt irgendwie, naja.